Mit großartigen Gefühlen, weil ich dort eine sehr, sehr gute Zeit hatte. Eine Mannschaft, die menschlich absolut in Ordnung ist und natürlich auch einen großen Freundeskreis im privaten Umfeld. Eine taktisch sehr, sehr gut eingestellte Mannschaft. Drei Punkte. Dass wir den Schritt mehr gehen als der KSC und das Spiel auf unsere Seite bringen. Ja, natürlich, Tore sind schön, aber Siege sind noch schöner und deswegen lieber gewinnen. Ja, natürlich, Tore. Ja, natürlich, Tore. Ja, natürlich, Tore. Ja, natürlich, Tore. Vielen Dank.